Patrick Ebert, in Spanien auch bekannt als EBI, ist ein deutscher Fußballspieler, der seit der Saison 2015 16. beim spanischen Erstligisten Rayo Vallecano unter Vertrag steht. Vereine Der Mittelfeldspieler begann beim TUS Garden mit dem Fußballspielen. Über den TSV Russe wechselte er im Jahr 1998 zu Hertha BSC. Ab der Saison 2006-07 stand er dort im Profikader. Sein Pflichtspiel-Debüt gab Ebert am 16. Juli 2006 im UI Cup gegen den FK Moskau, als er in der 80. Minute eingewechselt wurde. Seinen ersten Einsatz in der Bundesliga bestritt er am 13. August 2006 gegen den VfL Wolfsburg. Am zweiten Spieltag erzielte er sein erstes Bundesliga-Tor. Nach Ende der Saison 2011-12 plante der neue Trainer JOS Luhukai in der neuen Saison nicht mehr mit Ebert. Er wechselte daraufhin in der Sommerpause 2012 zu Real Valladolid, wo er einen Vertrag bis 2014 unterschrieb und die Rückennummer 20 erhielt. Angelehnt an seinem Spitznamen steht auf seinem Trikot Ebi als Spielername. Am 20. August 2012 spielte er beim 1-0-Sieg gegen Real Zaragoza zum ersten Mal für seinen neuen Verein. Er wurde nach 87 Minuten ausgewechselt. Am 7. Februar 2014 kündigte Ebert seinen Vertrag und wechselte zu Spartak Moskau. Zu Saisonbeginn 2015-16 verpflichtete ihn der spanische Erstlegistrejo Vallecano und stattete ihn mit einem bis zum 30. Juni 2017 gültigen Vertrag. Aus Nationalmannschaft Ebert bestritt von 2007 bis 2009 13 Länderspiele für die deutsche U21-Nationalmannschaft und erzielte dabei einen Treffer. 2009 gewann er mit der Mannschaft die U21-Europameisterschaft. Erfolge U21-Europameister 2009 Persönliches Wegen Sachbeschädigung gemeinsam mit Kevin Prinz Boateng soll er am 18. März 2009 insgesamt 13 Fahrzeuge im Berliner Stadtteil Wilmersdorf beschädigt haben, erhielt Ebert im Januar 2010 einen Strafbefehl über 56.000 Euro. Im Unterschied zu Boateng akzeptierte er den Strafbefehl sofort.